O Gott, ich bin total verpasst. O Gott, mach du das mal bitte. Ich würde so dann ein bisschen knabbern. Es spielt beim PvP das Level von dem Charakter eine Rolle. Ich kann es ja mal ausprobieren mit meiner Dana-Pop-Mehr. Ich glaube, ich kann mit deinem 6-0 sein. Ich könnte mein Ding nur auf Standardkarten bauen. Nein, anweilig. Warum? Nicht? Ich bin ein Handicapter nicht. Hallo. Kannst du noch mal wieder meinen Entlern anbauen? Oh, ist er schon. Ja. Oh. Auf Aufnahme. Und los geht's. Ach ja, du machst das wieder, ne? Naja, man muss ja da unten so klicken. Ist er ein Jäger oder Krieger? Ne? Ist er ein Jäger oder Krieger? Krieger? Okay, dann spiel ich Krieger. Mal gucken, was es wird. Schon wieder was zuvor? Hm? Oh mein Gott. Bin ich gerade ganz abgestürzt? Ja. Ich versuch's mal. Du ey. Rausgefordert von Lex. Geht das jetzt? Ja. Dauert kurz. Ewig lang. Egal. Garosch. Ich hab selbst angeht, damit ich wieder gespielt. Ich weiß nicht, dass es so geil ist. Ghostballs! Spannung! Es explodiert, wenn ich das sehe. War mir gefährlich. Das war's. Das war's. Das war's. An deiner Stelle hängt die Hüttenfeuer, äh Feuerwehr benutzt um diesen Diener zu zerstören. Der Handkarten ist ein bisschen relativ viel wert. Oha. Los, los. Los, los. Ich seh' eine Vision in den Flammen. Ich habe ganz viele süße Tachen auf der Hand. Das Dingle. Oh ja, in den ersten Phasen gespielt haben wir das so oft gehört. Das Dingle. Ja. Das Dingle. Ja. Die Richtung gerade. Das war meine Waffe. Fasten. Polisionsbeschleuniger. Ich dachte das meine Soffen im Schaftverbande. Oh, sehr schöne Teig. Drachenschaf. Ich bin schon ein bisschen froh. Ich bin schon ein bisschen froh, aber ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Ja. Ja, 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 ja. Ich bin die erste Magie! Gott! Die Texturen fehlen ja. 9, 13, 14. Oh okay, ich hab genug Schad auf dem Feld. Lieder Spitzewenden. Oh Gott! Das läuft da grad bei dir. Ich darf 5 Karten aussuchen, die ich mein Deck mische. Nooo! Und der letzte Schlag gibt es hier natürlich der her. Sie ist eine Ehre! Nein! Ist das auf Deutsch oder Englisch? Nein, auf Deutsch. Oh, ich hab Level Up. Wir können ja noch ein paar Mal spielen, dann hab ich Level 20 mit. Fürs Kartenchaos. Also 8 Minuten haben wir noch. 8 Minuten haben wir noch. Gut, dann Paladin. Oh, da krieg ich aber das, glaub ich. Dann spieß Paladin. Pala? Pala! Däh! Nicht fair! Warum? Wachst du keine Paladin? Habe ich nicht gesagt. Jaina gegen Uta! Ich werde Ihre abkennen! Ihr habt es so gefreut! Gegner wählt noch nicht. Ach nein! Nö! Nö! Na ja, meine Starthand ist nicht gut. Und Kartenchaos zu spielen, um uns zu spielen. Ich kann mir jede Woche einen kostenlosen Deck erhalten, wenn man gewinnt. Hm. Ja, da muss ich mich mal sputen, um Level 20 zu werden. Wenn man mit einem Freund spielt, dann kann man... Ja, absichtlich verlieren oder gewinnen. Ja, absichtlich verlieren oder gewinnen. Für beide. Ja, da hat es gerade auch keine Explosion mit uns. Nein. Dann peu rebs Prepare, montage! Ja, actionable? Ja. Tja. Können später noch einen Sp rewarded. Und dann den langen vite. Prime. Pass her. Go 1, 2, 3, 4, 5... Pala. Wenn du dich zum Liebsten gehst. Das ist schon mit der Umgebung gespielt. Mit der Umgebung hier? Ich glaube nicht. Where are you? Da ist er. Was? Hast du mit der Umgebung gespielt? Ich kann immer mit der Umgebung spielen, wenn du möchtest. Okay. Ach, ich weiß nicht. Du kannst den neuen Kopf noch sagen. Hm. Hm? 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 Warum verwandeln? Warum nicht? Es macht Spaß, alle in Schäfchen zu verwandeln. Na cool, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass du meine Drachen in die Schäfe verwendest. Tja, den hättest du gerne in die Schäfe verwendet, oder? Diese Windzorn hat hier. Das war's. Das war's. Gott, du schild verhindert einmalig den Schaden. Ich mach dafür zweimal. Ich mach dafür zweimal. Mit Windzorn darf man zweimal angreifen. Gott, ich schild verhindert einmalig den Schaden. Das heißt, man hätte zum Beispiel die Heldbeke zuerst benutzen können und dann erst Feuerball. Zum Beispiel. Du kannst den Arzt rufen. Nein, ich hab den Arzt nicht gerufen. Aber ich hab den Arzt gerufen. Ui. Oh, ein Leben. Oh Gott. Oh, ein Leben. Oh Gott. Was ist das? Ein Schaden zu wenig leider. Oh, und ein Leben. Wo soll ich zu schlagen? Es wäre eine geringe Chance gewesen, dass du damit verpasst. Und ich habe E.P. bekommen. Ich glaube 2. Du hast das passend nicht wieder in Mission gerade bei dir? Da hat er es nicht fest. Du kannst 3 Spiele im Modus üben. Ah, 5 Spiele. Ja, das war es erstmal an der Fest. Ich glaube das ist einer der Anfänger. Wenn man die nicht gemacht hat, dann fehlt man keine weiteren. Soll ich das jetzt machen? Ich glaube ich habe gerade Quatsch gedrückt. Habe ich gerade Quatsch gedrückt? Quatsch Quatsch? Ja, ich habe Quatsch gedrückt. Was? Das Altbier ist relativ dunkel. Ja, das Altbier schr... Ich sag nichts. Das war eklig. Ich stink jetzt danach. Das ist halt wie? Mhm. Ich spiele gerade gegen Jayna. Das heißt, unsere Zeit ist abgelaufen, meine Züge sind abgelaufen, abgefahren. Das heißt, unsere Zeit ist abgelaufen, meine Züge sind abgelaufen, meine Züge sind abgelaufen. Das heißt, unsere Zeit ist abgelaufen, meine Züge sind abgelaufen, meine Züge sind abgelaufen, meine Züge sind abgelaufen. Das heißt, unsere Zeit ist abgelaufen, meine Züge sind abgelaufen, meine Züge sind abgelaufen, meine Züge sind abgelaufen. Die fünf Maladena. Die fünf Maladena, das spielen. Die? Die fünf Maladena. Die fünf Maladena. Die fünf Maladena. Das war's? Und gewonnen! Ich glaube das nicht so schön gewinnen kann. Ja. Tja. Dann kann er wenigstens gut. Das war's! Achtung! Papier! Gut. Oh! Kann es sein, dass ich das nicht habe, kann ich das nicht. Da kommen die nächsten Quests. Wie gesagt, die Anfängerquests, die ich eigentlich schon gemacht habe, um die restlichen, meinen täglichen Fests zu bekommen. Ich stinke noch raus. Ich glaube nur Bier und Creme. Ich verpölle das immer. Ich will nicht angreifen. Toll. Spielen. Quest spielen. Spielen. Wir müssen aber jetzt.